und für einen Kompass damit wir wissen wo wir zurück müssen willst du da zurücklaufen oder was? nö, gucken ob wir irgendwann mal welchen finden wir haben halt irgendeinem Cave, aber ich will erstmal hier so ein bisschen erkunden das sieht ja mal cool aus da unten mit dem Steinteil da random for win hier sieht's auch Aua, haust dich raus ja ich bin runtergefahren, hier ist ich auch hier ist Eis cool aber kein Schnee ok es reicht mir der sieht mir zu groß aus, das will ich nicht, die Kohle kannst du mitnehmen den mach ja auch oh, hier ist noch mehr Eis oh, hier ist noch mehr Eis boah, hauptsache nicht so viel Schnee, hast du Schnee ja, Henrik, der ist total riesig, du da wollte ich nicht reingehen naja, fertig was denn der Cave echt jetzt ohhh, da ist jemand gestorben ich grabe mich hier grad mal so ein bisschen hier irgendwie durchs Buschwerk, weil ich auf irgendeinen Berg will das mal von oben zu sehen was hat der denn jetzt schon wieder ne ne noch nichts dass wir mal sowas von dir hören hier ist Schnee und ein Cave wenn wir World Edits haben, können wir den Schnee einfach wegmachen ja ja Maxi, von wegen Plugins ja, das kommt immer zur richtigen Zeit aber ansonsten sieht das hier sehr sehr schön aus ups es geht immer so schnell oh, ein sehr schöner Blick auf einen riesigen Berg Käfer Pumpkins ein bisschen Wasser lassen hep, 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 hep nö, ich habe gerade einen Pumpkin aufgesetzt jetzt, äh sieht die Welt doch gleich viel besser aus, ne da hinten ist noch da hinten lädt die Welt mal wieder nicht hier kann man aber was schönes reinbauen ich habe so einen Eingang in einem Berg also, einen coolen Berg also hier ist ganz viel, äh Wald mit so einem kleinen See in der Mitte so ein Mini-Teil und und Nacht und schlafen gehen und Weg suchen ja, ich, äh, weiß noch so ungefähr wo ich her muss ich auch ich bin scared auf die Spinnis gleich ja, ich habe eher mehr vor Skletten ne ich habe ja Entbögen ja stimmt, mit nem Bögen kann ich noch besser würden Bögen hm bist du schon im Haus? nö krass aber fast ich auch ne, 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 ne e-klammer, dumme Lache von Lukas nein, Sternchen, dumme Lache, Sternchen kommt das gleich raus sonst versteht den eh kaum, also von daher ja, sei doch leise wieso ich denn? ich nehme auf du kannst ja auch aufnehmen und gar nichts sagen wieso sollte ich das tun? das hat ja keinen Sinn vielleicht ist dein Headset ja kaputt boah dieses jetzt will ich wieder refreshen, wenn ich awake so irgendwas gekommen? nö nö j habe ja auch alles hübsch gemacht ich wollte nur gucken, ob du... was gespawnt bist ach 360, die Leiter runter, klettern hendrik-hendrik-hendrik was denn? stirsp warte wow stirisuAP also das war auch das fasziniert mich jetzt er hat sich hier am Rande die haben sich in die andere Richtung coolen Cave Scheiße also wir haben auf jeden Fall schon mal ordentlich viele Caves in der Nähe und Graviel Jo kann man auch immer immer ganz oft gebrauchen wir haben bisher nur eine Verwendung mit Verwendungsmöglichkeit dafür gefunden Wege Wege und das auch das Einzug für es wirklich hübsch ist oder Monster abtöten die zu doof sind und irgendwie an der Ecke zu dacken oder so ich finde die Welt kotzt uns voll mit Kohle zu ja zwei Kisten voll mit Kohle was meint er es kompliziert ne er hat gesagt die Karte kotzt uns mit Kohle voll, wir haben so viel Kohle schon ja das stimmt oi hier sieht es ja mal geil aus ja bei uns auch grad was wir sind in Cave, also wir machen Cave-Erkundungstuhr boah boah nee ey echt geil da können wir was reinbauen da kommt unsere Basis hin oh ich hab so viele tolle Ideen auf einmal Spinni ja das kann man auch lassen mit den Ideen ne mit den Spinnis ja mit den Spinnis oh Eisen oh fuck ich bin in deinen Cave gefallen da hört's dann auf, hört's ja ja da hört's auf dann komm mal zu mir ja erstmal bräuchte die Kohle dort Eisen ab und markier mehr, wo das ungefähr ist ja das mal den Weg finden also ich weiß noch wo ich aus muss ja ich hab ich verjiert ich glaub hier irgendwo ich möchte nicht jetzt runtergucken von einer Spieleangriff shocks ich glaube das ist es auch Fackelsen Ulle Fackelsen n 2 Hallo Krust vom 8 club 3 hat wat 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 wo 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 da unten geht es auch sehr weit ins gelben ja da oben waren auch aber gut ich habe acht eисen für die hoch ganz geil noch ein cave ich finde das sieht ein geil aus ja schicke schluchter ja da dieses eine loch da was sowieso ja da könnte man die basis finde ich gut also wenn wir jetzt und also vielleicht solange wir lust haben nach rechts gehen kommt irgendwann zur basis ich meine da oben dieses loch da bauen wir dann die basis rein und dann geht da unten ist dann irgendwie der eingang mit leitern oder so genau eine leiter nach oben dann dadurch wie so eine schleuse mit glas und eine freischwimmende basis genau aus glas und koppel okay das heißt du sammelst holz für leitern oder macht weiter ich habe nur genug wollte so von der posten genau ich die sammlung viele leute wochen steck und steck ja dann auch jetzt nicht wieder hin wir lassen die er hier nach hau zu außerhalb des togethers werden wir auf weiter ein hier bei dem haus von seinem aktuellen müssen richtig sein auch ihr habt zwölf stück aber mir hört ja niemand zu warum auch macht er noch weiter es ist nicht so aus dass ob ich jetzt stück stück holle, 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 holle 100zungs sand stecks Sticks. Mach den Fockertrick. Mach ich auch, deshalb greif mich ja hier rein. So. Ja, das ist effektiv. So, jetzt hab ich 62, das dürfte erstmal reichen. Ich behalte den Lapis-Block mal. Der weiß, was man ihn brauchen kann. Ähm, wie machen, also wie viel Cobblestones brauchen wir? Genug. 20.000 Stacks. Dann viel Spaß beim Sammeln, das ist deine Aufgabe. Ich hab schon die Leiter gemacht. Ja, jetzt kannst du die Cobblestones machen, weil du ja schon fertig bist. Brauch nicht so viel. Wenn nicht, können wir die Cobblestone-Maschine auch nach hier verlegen. Ja. Und wenn eigentlich ganz normal Farben schneller geht, als mit der Maschine. Schon, aber... Ja, die Maschine, aus Prinzip. Jetzt lädt grad mal die Welt mal wieder wunderbar an, ich hier. Für Sand haben wir nicht, das reicht nicht. Ich kann grad durch den Berg durchsehen. Äh, da ist ein Cave mit Fackeln drin. Ja, das kann ich gewesen sein. Ah, okay. Okay. Wo seid ihr gerade? Beim Sandteil. Sandablauen. Sandteil. Boah. Wow. Ja, da wo Sandteil. Und ich dachte, ihr seid bei einem Dirt-Teil. Habt ihr auch schon den Lava-Fall gesehen, der da ist? Nö. Der ist direkt daneben. Ist da... Warte. Habt ihr den Cobblestone dahin gemacht? Nein. Wohin? Das ist kein Spau, oder? Hier ist ganz viel Cobblestone. Haben wir irgendwo Cobbling gemacht, nö, ne? Nö, ne? Das ist wie so ein... Als hätte sich einer hochgedingens, weißt du? Ja, vielleicht war da ja mal Lava oder was da oder so. Dann ist da Lava, was ist ja viel Wasserlaut. Ganz gerade nach unten. Unwahrscheinlich, ne? Vor allem wäre dann ein Cobble da gewesen. Und der hätte dann das Wasser oder die Lava wie auch immer aufgehalten. Wo bist du denn? Ja, da an dem Lava-Teil. Boah, das sagt mir jetzt überaus viel, ey. Das ist da, wo wir gerade geguckt haben. Dann gehst du da runter. Ja, Slash-TP. Machen wir ohne. Da sind auch Fackeln mitten im Berg. Fail. Ich dachte, ihr geht zu hoch. Mendo. Ich suche Zellneut. Jetzt spielt letztlich hier es haben Schiebs. Jetzt spielt es wieder. Ja. Spannend. Schaf, schaf, schaf. Oder noch mal eben oder so. Komm mal eben oder so. Ja, ich suche.